Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee und eine Demo am Start, der Invincible, von der ich selber nicht mehr so genau weiß, was das für ein Spiel war. Aus irgendeinem Grund habe ich es mir runtergeladen und ich dachte, wir gucken hier zusammen mal rein. Das mit der Auflösung ist ein bisschen schwierig, weil das jetzt das hier und dann auch das, was jetzt gleich kommt, im Vollbild läuft. Danach das Spiel aber nicht mehr, also das ist irgendwie seltsam. Jetzt gucken wir mal, ob ihr das lesen könnt. Ich lese es vor und dann müsst ihr halt kurz damit leben. So, wir kommen zur Demo von The Invincible. Der Abschnitt, den du spielen wirst, ist nicht der Anfang des Spiels, sondern findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Die Protagonisten haben bereits einiges durchgemacht, aber wir wollen dir auch nicht das Spielerlebnis verderben, indem wir zu viel erklären. Auf der nächsten Seite haben wir eine kurze Einführung, zu der sich abspielende Szene vorbereitet. Bitte beachte zwei Dinge. Erstens kann das Spielen dieses Abschnitts trotzdem die Reaktion auf frühere Spielabschnitte beeinflussen. Die Reaktion auf frühere Spielabschnitte. Achso, das heißt also, wenn ich sage, ich mache das, kann dann der andere sagen, aber das haben wir doch da schon mal gemacht und das hat nicht funktioniert zum Beispiel. Und zweitens solltest du bedenken, dass der aktuelle Stand des Spiels noch nicht das Endprodukt ist. Wir arbeiten noch hart daran, die Qualität und Leistung zu verbessern. Und nun? Jasna hat Informationen über den Konvoi gefunden, der von der Feldbasis der Allianz geschickt wurde, eine feindliche Fraktion im Wettlauf durch die Galaxie. Trotzdem muss sie unbedingt andere Menschen finden, auch wenn es sich dabei um politische Feinde handelt. Jasna durchquert den Ausgrabungsbereich und bewegt sich in Richtung der Schlucht, um dem Konvoi zu folgen. Sie kommt dem Konvoi immer näher und muss sich auf das Treffen mit der Allianz vorbereiten, indem sie sich mit ihrem Astrogator abspricht. Er ist der Kommandant ihrer Einheit. Schon zu Beginn des Spiels begleitet er Jasnas Taten von einem Raumschiff aus, das den Planeten umkreist, auf dem sich die gesamte Geschichte abspielt. Regis 3 Plane deine Route zum Konvoi. Was? Konvoiweg. Und das bin vermutlich ich Zielort des Konvois. Ein Nebenpfad. Ja, straight to the Convoi. Or try and take a side path, to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, then. It's your call, Jasper. Okay. Ich nehme den Weg, der zum Konvoi führt. Ein wenig Vorsicht, könnte ich schaden. Okay. I'll try to get there by the side path. Okay. Also gehen wir geradeaus und dann müssen wir hier irgendwie abbiegen. Huch. So. Entschuldigung. Okay. Was? Nebenpfad. Out of Demo. Alles klar. Warte mal, ich mache mal den Umgucken ein bisschen langsamer. Okay. Was ist das hier für ein Zeichen? Äh, okay. Ach, dass sie irgendwo runterklettert, heißt das. Okay. So, und jetzt schenken wir hier ein. Okay. So, wie ist das hier? Wollen wir da rum? Das hängen wir schon fest, oder? Hm. Hä? Aber warum? So breit sind wir doch gar nicht, oder? So dick. Warum fährt er hier nicht durch? Soll ich zu Fuß gehen? Ich hab noch das Ding, damit ich fahren kann. Hm. Der dreht hier immer so seltsam ab. Warum? Nö, der fährt hier nicht durch. Das ist wie eine unsichtbare Wand. Oder? Hä? Und wie soll ich denn auf den Nebenpfad kommen? Hm. Hier auch nicht. Oh, ey. Aber hier fährt er ja über so Steine. Das ist ja bescheuert. Da mach ich ja nicht genau das, was er wollte, aber ich hab das andere gesagt. Das ist doch mega scheiße. Warum fährt denn der da nicht hoch? Nebenpfad. Ja, ja. People, Vehicles, Robots. Okay, wir suchen offenbar irgendwie Leute und Sachen. Na, dann folgen wir einfach dem Canyon hier. Okay. Wir sind schon da. Ja? Okay. Du wartest hier auf mich, gell? Kleine gelbe Murmel. Was ist das? Das Strahlungsniveau ist gestiegen. Umstrahlung ist denn keine Menschen normalerweise nicht, nee. Okay. Saying people who are alive and mentally sound is something I'm always counting on, Astrogator. They may be my only child. And not only mine. After all, Coval needs our help. Yes. I'm fully aware, Doctor. However, you must keep in mind that alive and mentally sound members of the Alliance are still a threat. Okay. Okay. Dunkel ist hier. Ich kann hier nichts anfassen. Hier steigt die Radioaktivität. Das ist eine Schaufel. Hier geht es irgendwie hoch. Nee. Was? Kaputter Aufzug. Okay. Und? Okay. Okay. Hier ist mal gar nichts. Und hier geht sie nicht lang. Hä? Also wir müssen scheinbar diesen Aufzug wieder in Gang bringen. Eine Notiz machen. Tagebuch aktualisiert. Guck mal, das Buch. Was macht das da? Ich kann hier halt nichts irgendwie anfassen oder so. Und ich kann von dem kaputten Aufzug auch dem Käpt'n nicht erzählen. Ich kann es nur sehen. Kaputter Aufzug. Verwenden. Aha. Okay. Das ist ja unständlich. Okay. Sie klettert den ganzen Weg. Ich muss nur nach oben drücken. Okay. Hier ist eine Höhle. Antimatter. Und da ist ein anderes Mobil Antimatter-Kanon. Ein anderes? Wie viele davon haben sie heute? Ist es aktive? Möchtet. Lass mich. Okay 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 Was Hä? Da drin oder? Hier sind überall solche Löcher Oh, dann lass mich raten Hier lebt irgend so ein Wurm oder sowas Jetzt entfernt sich's Hier Okay Überprüfe das Antimatverzeichnis Dunkles Loch Ja, das ist ein dunkles Loch Das ist richtig Achso, können wir so ein Antimatverzeichnis Das Antimatverzeichnis Robots Mac03 Mal Beprüfe das Antimatverzeichnis Antimatverzeichnis Was meinen die damit? Oh Oh another hole Great Ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher ob es sicher ist, da rein zu gehen Das letzte Mal war es ziemlich gefährlich Wahrscheinlich Schau mal kurz Macht sie nicht Oh Ach hier ist das T Okay In der Hülle ist etwas Hier ist noch einer Okay Okay Hallo Geht hier nicht rein Geht hier nicht rein Ach, guck mal hier Rekorderabdeckung Das ist das, was die meinen Was ich mir anschauen soll Verwenden No, mach, hau rein Okay Sie macht's nicht Was muss ich tun? Okay Aha Hä? Und jetzt Verwenden Aha They were preparing for departure Uh-huh The convoy's heading somewhere They passed giant cranes Pulling something out of a Well, giant hole Interesting I don't recognize that place Okay Just in case I've noted down the coordinates Okay They're getting close to where I am now They're here Sending a probe Uh-huh Uh-huh Oh They're tunneling their way through With a beam of antimatter How subtle Can you locate the breach? Looks like they've found whatever they were looking for In that ominous tunnel Of course Don't jump to conclusions, Doctor Not before you finish You need to know what to expect there first Ha, wollen wir das? Haben sie's verladen Oh, shame The transports are leaving Those containers ended up in one of the transports I wonder if it's still nearby Hmm Something's going on One man's trying to draw the attention of the others to I have no idea what's beyond the frame Hundertpro kam da was aus den Tunneln The photo is such poor quality You can clearly see the fear in his face One of them is staring with concern at an instrument Some sort of meter Measurements are also strange The electromagnetic field is in the upper range That's a recurring factor Which explains nothing We're going in circles instead of getting off this planet Is there anything actually helpful in those photos? Don't you want to know what happened, sir? I do My crew was safe and sound I've gladly investigated myself Explaining this mystery would not only expand our knowledge Also bring us honor and glory Not to mention the exposure of the Alliance's incompetence At the moment though, I have other priorities, Doctor Okay, also es geht offensichtlich darum, hier irgendwas aufzudecken Okay, also es geht offensichtlich darum, hier irgendwas aufzudecken The people rushing out of the tunnel Running from... Whatever's in there But how do we still consider when we should go outside, sir I think all very infreed But also too risky What I'm trying to say is I fear for your safety, Jasna I have also fear for you, Jasna Shit I'm not a child I'm not a child I'm not a child That was kind of a slow, it's a hard time Oh no What of the Antimates has fired straight into the tunnel? And? What happened next? There's nothing else Only... darkness There's nothing The man The man The man The man The man The man Sehe ich genauso. Lass uns heimgehen. Ja, beide sind kaputt. Die wurden umprogrammiert. Krass. Die wurden umprogrammiert. Es ist schrecklich, was ein Antimatter-Bee macht den Körper zu einem Körper. Ich bin sorry, dass Sie das sehen können, Jasnah. Regis 3 hat nicht erwartet. Huh. Ah, schuldigung. Kann eine Maschine solche Gesten verströmen? Ja. Sie mit ihm erschossen haben, ja. Ja, weil es eine Maschine ist. Das letzte Bild ist von ein paar Minuten später. Ich bin auf es. Bloody hell. So, es ist nicht tot, nachher? Die Maschine, die Allianz, ist noch operativ. Und es könnte dich auf jeden Moment. Let's hope not. Vielleicht ist es besser, zu hope. Während du weg. Wenn das alles ist... Was über den Tunnel? Right. Hinter dem Tunnel? Und die Maschine ist mir nur... Ich bin da zu dir. Oh, jetzt bin ich schon vor diesem Staub erschrocken. Ist nichts mehr dazugekommen. Ah, jetzt kann die hochklettern. Interessant. Hört ihr, was ich höre? Nein. Ich bin da. Das klingt Irgendwie Schritte, oder? Was ist das für ein Spiel? Was macht der mit mir, wenn der mich sieht? Warum ist das hier so eklig verschwommen? Ich darf nicht von dem nicht gesehen werden, oder? Ich suche den Standort. Wo ist der hin? Kommt der hier rum? Ich sehe, ich höre ihn nicht mehr. Hat sich hier aufgelöst. Da oben ist irgendwas? Untersuche. Tagebuch aktualisiert. Aber Tagebuch? Ich habe ja nur das hier. Ja. 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 Kragebüsche Gehörter Die Kragebüsche Was Ich bin schon ав Hygnen Die Füße Sie Was Ich bin schwer Ich bin Ich bin Ich wusste aber immer noch nicht, was für ein Spiel das sein soll. Jetzt hat es wieder so einen Hitzeschock, oder? Wir müssen aus der Sonne raus, kann das sein? Dieses Licht ist nicht gut für uns. Ich glaube, die Crew hat ein paar Soil-Samples. Da ist das Chipp Rock, das ist, was liegt unter der Flüge. Das ist mehr Metall? Ja, ein Metall-Interior. Die Roots sind auch exposed. Sie sind nicht in einem Rock, sondern in ein Tissue-like Alloy. Sollte ich das? Der ist aber nicht erschossen worden. Es gibt überall und die Bösen haben eine direktes Verbindung mit dem gesamten System. Interessant. So die Strukturen, die ich gesehen habe, folgen Gorski? Ja. Vielleicht ist es... ...durch wie zwei Generationen. Ein, ein alt, ein Relikt. Ein, diese Bösen... ...zulgen die Bösen der Vorbereitung. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule us out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies? Which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling it all life Protonaceous. Especially ourselves. But that's on us. The universe doesn't give a damn about our classifications. Krass. Guckt euch das an? What? You have learned, discovered the first so far? I'm just opening up to the unknown. Where is the sun out? Shit! I can't handle it anymore. What is with you? Oh, I know. What is with you? What is with you? Die geht alleine wieder zurück? Oh je. Jetzt geht er in den Tunnel, folge dem Arctan. Ich versuch's, aber... Bewege ich mich? Äh... Okay, geht's dir jetzt wieder besser? Jetzt ist er so weit weg? Wie kann das denn sein? Ich bin ja nur hier runtergekrabbelt. Oh! Oh fuck! Fuck, it's getting up! What? The robot? No, no, the Antimat! You need to attack! Move the Antimat first! No! No! Die hat... Are you alive? Yes. He destroyed the robot. Da stehen nur noch die Beine. No, no... Take care of our people, Ludwig. Do you hear? Finding the best medics. Yes, Nat. What do you...? I... I... I tried. No. Don't die on me now. Thank you. Don't give up. You can't... I can't. No, but when die mich doch... Oh, sorry, man. So fucking so준. Ach komm. Okay, I'm gonna say that you will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine- You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Äh Das ist gerade passiert Für jetzt können Sie vergessen über die Forschungsmaterialien Das ist die Arctan, das ist die Feet Considering all die Faktors Ich würde sagen, dass alle in der Konvoi ist dead Wenn es noch mehr gibt, ist es von den Geräuschen Der erste Antivant hat uns viel gesagt Der zweite ist destroyed Du sprachst über die Probe Es sollte eine wertvolle Information sein Und die Rovers Sind sie auf der Konvoi-Liste? Ich finde, die Rover Mein, oder? Wieso komme ich hier nicht durch? Der hat mich halt hier auch ein Loch durchgeschossen, ne? Hier stehen echt nur noch die Beine Okay Also es ist irgendwie, ja Man wird ständig auf Trab gehalten, ne? Das schon Und es ist ja auch irgendwie spannend, was hier Aber mir fehlt halt noch ein bisschen Vorinfo Scheinbar Und das sieht ziemlich cool aus, oder? Also so vom Achso, haben wir hier wieder was Neues? Oh ja Hier drin? Scheinbar Da ist einer Da ist einer Da ist noch irgendwo einer Da ist einer In der Gäste Wo ist das? Ich geh noch mal Das ist ein wenig Unreasonable of them, but it's nothing to complain about, is it? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tessluck here. I can hear you. Reporting, 25th day of the mission, 7.15 a.m. We arrived. Huh. I saw it on the slides. We encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead, if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tessluck here. Over. We have a sort of discovery. Oh. I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay. And then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... This is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently, it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise three-fold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black is cold in direct light. Shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Uh-huh. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know. We'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots, the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes. Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't. Hmm, gets tense. Leave the material behind and return to the base. Okay. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator's speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. It's a micro-organism. Amazing. Microbots grouping and flying together. Mm-hmm. Similar to flies. Capable of affecting other machines. Even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I'd figured it out. Partially, at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field. The field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above-average values. Now, at first, I thought it was a sensoric malfunction. After all the machines were broken. It turns out that field damaged them. So, all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually, it concerns the long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally. But the human being, such as helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And? I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better. Also ich fürchte, es ist das, was da vorne an diesem Truck wächst. Ich kann da nicht hin, doch. Wo ist das hier? Okay. Achso, ich kann gucken, ob hier auf irgendeinem Kanal irgendwas kommt, aber ich denke mal... Ich denke, es ist keine gute Idee, mit dem Zeug in Kontakt zu kommen. Da vorne ist irgendein Schild. Seht ihr das? Über dem Berg da? Oder es ist das End der Demosion? Da gab es doch mal irgendeins Fiction-Film, wo das dann... haben die Rost verursacht? Die Rost verursacht. Na, aus diesen Strukturen da unten... Das war doch alles aus Metall. So, ich will da nicht rangehen. Wenn das Leute krank macht, ich will das nicht... ...verwenden. Sie hat einen Schlüssel? Oh, warum hat sie einen Schlüssel? Du gehst bitte nicht da rein... Das ist besser so. Du musst da nicht reingehen. Geht die Tür hinter dir zu und dann warst du es. Das ganze Fahrzeug ist einfach mit den Buschern. Aber kannst du sie nach dem? Nicht ganz noch nicht. Jetzt! Ich kann sehen, die Schrauben verletzen. Keine Ahnung von den Flüten. Nur viele Bäume. Hast du ein paar Theorie, Sir? Alles, was in meiner Meinung ist absurd. Mh-hm. Mh-hm. Ja, das ist ein bisschen was. Mh-hm. 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 Also es ist irgendeine Art von Organismus, das würde ich schon auch sagen, mit den wenigen Informationen, die ich bis jetzt habe. Aber es ist nicht weitergekommen. Also es breitet sich nicht komplett aus. Aber da sind doch die Fliegen, oder was ist das da? Bitte mal, was muss man da hochgehen? Geht das überhaupt? Äh, ne. Da ist irgendein Kraftfeld. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr seht das da mit dieser Kuppel. Das ist wie so eine Kuppel. Warum sieht sie das nicht? Ich sehe es doch auch. Ist zu. Hoppala. Da kann man nicht reingucken. Geht sie hier hoch? Auch nicht. Hier ist was. Ach so, die streicht einfach immer nur hier die Dinger durch. Ja. Okay, also es ist so ein bisschen wie Detroit. Wir müssen quasi rausfinden, was hier passiert ist. Jetzt werden wir aber gleich nicht mehr weiterkommen, oder? Hier ist doch dieses, genau, dieses Kraftfeld. Kraftfeldfeld. Kraftfeldfeld. Ja, ich kann hier durchlaufen. Ja, da ist noch ein Teil von dem. Und der hier vorne schwebt. Verformte. Verformte. Wir wissen, wie großartig war. Wir wissen, wie großartig war. Wir haben nicht kapituliert. Das ist ein guter Zeichen. Ach so, ich weiß nicht. So far, ich kann nur feststellen, dass das Kuppel noch nicht dissipiert. Yet. Ich weiß, wie in die Kuppel ist. Unter dieser Kuppel. Willst du ein Tunnel? Ich werde nicht. Da ist bereits eine Entrance. Und wie soll ich da hinkommen? Ich kann ja hier nicht hochkrabbeln. Also, ich kann auch nicht rennen. Ich habe es versucht. Hier ist noch einer. Guck mal. Wo ist der Haas? Ach du weißt. Der war aber nicht auf dem Radar. Ja. Okay. Wo ist das hier? Das bringt sie einfach für dich. Was macht sie hier? Sie hangelt sich hier lang. Okay. Es ist irgendwie spannend. Aber... Ja, mach Fotos von mir. Lässt mich nicht ran, hä? Wie komm ich da ran? Wie komm ich da ran? Damit nicht. Damit auch nicht. Was ist Spaß? Hehehe. Was machst du? Ja. Wie kommt dir? Ich würde sagen, dass meine queuele hobnage ist. Das Problem ist mehr als ich eine gefährliche. Ich werde mich nacher. Ich werde mich nicht unternehmen. Als ich herauskworte, denke ich an einen drittenen. Okay, die fliegt vor mir her. Ist doch super, hier liegt noch einer. Also vermutlich sind das dann immer so Szenen, die insgesamt eine komplette Story erzählen. Die Fliegt nicht bloßt Radio-Wähler. Ich sage das folgende. Wenn dieser Transporte tatsächlich läuft, es macht keinen Sinn, die Container und sie mit dir. Ihr werdet den ganzen Transport. Ihr habt die Fliegt in großartig Niembros und ein körperliches Transport der kann fliehen über Terrain, inaccessible für den Rover. Aber bevor du weg bist, musst du den Force-Fielgt. Erst den Energo-Bot, die Fliegt aus dem Force-Fielgt, dann Transporter, Departure. All clear? All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Und schnapp dir den Transponder. Is the probe still with you? Yep, it's here. Okay. Oh, der hat sein Helm abgenommen. Just as I thought. The equipment's still active, but... Everyone here is dead. All the same shivers, the sky. It's more than that. I'm starting to understand the suffering they felt in their final moment. They were left to fend for themselves. Yet, unable to do so. Oh, This one man... He... Even hate parts of his suit. Trying to survive. Ach, der hat das gegessen? Echt? Oh, was ist das denn? Was ist denn das? Ähm... Das klingt nicht gesund. Mir liegt alles rot. Aber hier? Und die Drohne einfangen. Wo ist denn der Transponder? Die ist weg, wa? Was ist die Geräusche? Das sieht krass aus, oder? Was die da aus dem Felsen sehen. Wo ist denn die Drohne? Hallo? Also, sie haben einige noch nicht gefunden. Und wie ich hier hochkommen soll, ist mir ein Rätsel. Und wenn... Ach, jetzt geht sie da hoch. Und wenn die Fracht mich kontaminiert? Hä? Äh... Was ist jetzt? Wieso zwinkert sie jetzt auf einmal? Das hat sie vorher auch nicht gemacht. Ja. 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 Aber lass dich hier die Sachen. Widersetz dich dem Gefehl. Es ist nichts drin. Was? Ein schwarzes Loch? Krass. Okay. Okay. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Irgendwie war es geil. Aber irgendwie kommt es mir bekannt vor. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye-bye!